Wer seid ihr alle? Irgendwann sterben wir alle. Spoiler alert, das heißt alles nichts. Abstrakte Kunst. Ich persönlich kann mit abstrakter Kunst nichts anfangen. Entschuldigung, tut mir leid, aber ich kann nichts interpretieren. Er ist ein Thema, ein Thema zu finden, Kodak kann dann dieses Puzzle, das er weiß, hat eine reliable Lösung. Er weiß, wie es funktioniert. Er weiß, wie es funktioniert. Und so es gibt ihm ein einfaches Mechanismus für moving on. Und weil es diese dunkle Raum ist zwischen den Dörren, ein Raum zwischen den Spazen, bevor du weitergehen kannst, du wirst zu Pause. Just für ein Moment, ein paar Sekunden, zu reflektieren, und zu gehen, zu gehen, zu gehen, zu gehen, zu gehen, zu gehen zu gehen, und die Stück nya translating, zu gehen, zu gehen. Elusive, bigger picture. Schreibmaschine? Du bist da? Bitte sag etwas. Irgendwas, ich muss nur irgendwas von dir hören. Sprich mit mir bitte. Warum fällt es dir so schwer zu sprechen? Sprich, 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 sprich. Mai, Juni 2009. Auch Pornostars leben nicht, derlich. Okay, dieser ist schwer. Es wird einfach nur ein paar Minuten drehen. Bleib mit dir. Okay. Draußen ist ein Brunnel. Ein Bildschirm. Musik. Musik. Aha, da sind wir wieder in dem gleichen Boden, wie wir gerade vorhin... Oh! Sieh, das ist es. Das ganze Spiel. Und es gibt nichts, was besonders interessant ist. Man geht nur zum Ende eines Stadts. Sondern für ein paar Worte ist Koda wirklich auf die Prisome, die alle diese modernen Fünfte hat. Und ich weiß nicht warum. Aber er entscheidet, dass er diese Prisome wieder zurückzuziehen muss. Er wird beginnen, um die gleichen Asseite zu verwenden, um es in etwas anderes zu verändern. Okay, cool. Hier ist Version 2. Okay. Ähm, welche Möbel sollen in die Raummitte? Wie wäre ein Fenster an einem Surround-Sound? Ein Kühlschrank macht doch bitte... Ähm... Fernseher mit Surround-Sound. Äh, was? Was ist mit der Wand? Zehn Öfen in einer Reihe und... Ein großes Bild von einem Pferd. Ich hätte ja gerne eine Waschmaschine. Zehn Öfen. Zehn Öfen. Ja, das habe ich mir gedacht. Dieser Raum braucht etwas zum Auflockern. Ein Dachfenster, ein ganzes Panorama-Fenster in der Decke, damit etwas Licht hereinkommt. Ich denke, daran ordentliche 15er LED-Einbaustrahler mit fluoreszierendem Rand. Okay, wir stellen Tesla-Spulen in jede Ecke. Cool. Und für die Tesla-Spulen. Und einen Tisch. Wir brauchen einen Tisch. Also, wer bist du? Von woher machst du das? Ich bin ziemlich sicher, dass keiner meiner Entscheidungen irgendwas bewirkt. Tische wurden... Ja, Tische wurden 1935 erfunden. Ehh... Es gibt ein bisschen mehr dazu. Aber trotzdem... Es ist nicht wirklich nichts kommuniziert. Es ist einfach nur wunderschön für Wunderschön. Also, okay. Er legt es raus und beginnt. Diesmal kommt er an die Prisonsidee von einer anderen Richtung. Hallo, bitte geh vorwärts. Ich kann nicht rückwärts gehen. Und daher gehen wir vorwärts. Mit dieser Anleitung kommst du aus jedem Gefängnis heraus. Folge den Anweisungen genau. Vergiss keinen Schritt. Zuerst musst du auf diesen Tisch klicken. Gut, jetzt geh zum Fotorahmen und dreh ihn leicht nach rechts. Ähm... Jetzt schalte die Stehlampe in diesem Raum aus und wieder ein. Die Stehlampe... Jetzt geh zum linken Sofa. Verrücke es ein bisschen. Und schließlich berühre noch die Regale. Die hier. Das ist es. In einem echten Gefängnis ist der Fluchtweg nun frei. Geh zurück zum Anfang, um wieder zurück in dein Gefängnis gebracht zu werden. Geh zurück. Okay. Okay. Und natürlich. Und jetzt die Tafel ist weg. Und du kannst nicht beginnend die Regale zu gehen. Hier ist eine Version, wo es keine Barsen gibt, aber du kannst eigentlich nicht nach der Welle. Und dann eine Version, wo es der inside der prison ist der outside. Und der outside ist der inside. Let me just blink you real quick through a few more of these. I mean, he really unloaded on this prison idea. There's nearly a dozen. Personally, I think it's awful to watch this. To see a person basically unraveling through their work. And for what? Like at what point do you just go, Eh, maybe there are game ideas other than this prison that I could be working on. But Coda doesn't have that voice telling you to stop. That particular mechanism of defense against yourself. Without it you just spiral. And so he keeps going and going and going and going and going. And then he hits on something. And he likes it. And that's it. He's done. He stops making prisons. This is the very last version of the prison game that he created. And the reason I think it works is that the prison is not actually in it. stronger than this prison game. Like I had to worry about that. Let's go ahead andじゃない to go through. You are told. And now who is that? Hey, I'm... I'm you to the택배 Indies. Du bist ich? Du warst also auch in diesem Gefängnis gefangen? Ja, ich war in dem Möbellabyrinth. Ja, ich war im... All of these games so far are Coda talking to himself. Aber ich stehe hier und habe mir alle Mut genommen, um mit dir zu reden. Erst ein paar Minuten, aber es ist fast, als wäre es schon viel länger, als wäre es dich passiert. Aber das ist das Schlimmste und Unschönste, was ich je durchgemacht habe. Wie kannst du sowas nur vergessen? Haha, ich kann es dir sagen. Es ist nicht so schlimm, wie du vielleicht denkst. Man vergisst es nicht. Man identifiziert sich nur nicht mehr damit. Wenn man tief drinsteckt, kann alles wie eine Unendlichkeit wirken. Ich kann dir sagen, es ist nicht so schlimm, wie du vielleicht denkst. Das ist es aber nicht. Moment, wenn du ich bist, hast du dann da drinnen einen Anruf von einer anderen Version von dir selbst bekommen? Nein, ich glaube, ich bin die erste Person, die zurückruft. Ja, ich wurde angerufen, so bin ich entkommen. Wurden wir angerufen? Ich glaube nicht. Kannst du mir dann sagen, wie man rauskommt? Vielleicht kann ich kommen und dich suchen. Was muss ich tun? Um rauszukommen, muss es dir ernst sein. Um rauszukommen, musst du mir sagen, wie du dich gerade fühlst. Um rauszukommen, musst du nur ein bisschen mit mir reden. Ich versetze mich jetzt gerade in die Lage von diesem Coder. Und deshalb nehmen wir Antwort 3. Was? So komme ich frei? Wie funktioniert das? Das kannst du nicht wissen, bevor du draußen bist. Aber es funktioniert ehrlich. Sprich einfach mit mir. Das wird alles einen Sinn ergeben. Okay, ich kann sprechen. Lass uns einfach ein bisschen sprechen. Willst du hier sein? Ich werde hier sein, solange du mich brauchst. Ich kann sehen, warum er das eine einfache Schlussfolgerung für die Prisong-Games. Nach all der Obsession und Frustration. Just to be told by someone you can trust, that things are going to be okay. Wouldn't that be nice? August 2009. So what would it look like if Coda wanted to make a game about talking to someone other than himself? Oh, oh. To me this environment is meant to represent Codas Puzzle with the two doors on either side and a dark transitional space between. Da können wir wahrscheinlich nicht hoch. Beziehungsweise können wir schon, aber wir kommen wahrscheinlich nicht rein durch die Tür. Putzen. Meine Güte, ich kann dir gar nicht sagen, wie froh ich bin, dass du da bist. Ich dachte schon, ich müsste das ganze Haus alleine putzen. Das wäre eine Elendsarbeit geworden. Jeder weiß, dass es alleine länger dauert. Mach dir keine Gedanken. An so einem schönen Ort bleib ich gerne in die ganze Nacht. Du wirst sehen, dass die Qualität der Kunst ist ein Schritt von vorhandenen Games. Inkl. dieses neue und verbesserte Chat-System, das er beginnt, von diesem Punkt an zu benutzen. Von hier an zu beginnt, er beginnt, viel mehr Effort in die visuellen Bekleidung seiner Arbeit. Und dieses gewisse Spiel dauerte zwei Monate, um das Ergebnis zu schaffen. Okay. Ha. Irgendwie glaubt, dass die Arbeit mit dir Spaß machen wird. So, von alleine wird das Haus nicht sauber. Ich mache das hier fertig und in der Zwischenzeit kannst du den Tisch abräumen, ja? Clear the table. Oh. Gleich viel schöner. So muss der Tisch aussehen. Gehst du jetzt bitte ins Schlafzimmer und machst das Bett. Er oder sie steht nur hier und, ne? Ins Schlafzimmer machst du das Bett. Warum rückst du den Teppich nicht ein bisschen gerade, während du da drin bist? Weil die Kleinigkeiten zählen. Putzt du gerne, wie kannst du, äh, wie kamst du zu dieser Arbeit? So unordentlich habe ich das Haus schon lange nicht mehr gesehen. Eine Freundin hat mich dazu gebracht, als ich dringend Geld brauchte. Und dann hat sich herausgestellt, dass mir keine Arbeit mehr Spaß gemacht hat. Daheim habe ich nie gerne geputzt. Vielleicht habe ich irgendwelche Dämonen. Apropos Dämonen, dieses Sofa ist die reinste Sauerei. Kommst du bitte und bringst die Kissen in Ordnung? Herrje, da drüben beim Sofa scheint jemand etwas verschützt zu haben. Kannst du das aufwischen, wenn du schon dort bist? Soll ich dir mal einen ganz persönlichen Käse verraten? Ist das in Ordnung? Was? Käse? Käse ist immer gut. Mal sehen, ich werde es schon überstehen. Muss das sein? Käse ist immer gut. Nein. Nein, das ist aber blöd. Tut mir leid. Egal. Hey, das Geschirr muss abgespült werden. Warum übernimmst du das nicht? Das war jetzt die falsche Seite, glaube ich. Ich glaube, die Wanne muss mal wieder geputzt werden. Wie wäre es, wenn du dich darum kümmerst und sie ordentlich sauber machst? Muss nicht perfekt sein. Wir sind alle nur Menschen. Was? Liegebung. Untertitelung des ZDF, 2020